Guten Morgen, es ist Sonntag und eigentlich wollte ich jetzt nach St. Christophorus gehen, um dann der ersten Sonntagsmesse nach meinem Schweden Urlaub teilzunehmen. Hatte es auch gestern mit Kalle schon besprochen, aber ich hätte losgehen müssen. Da setzt hier ein herrliches Gewitter ein, zwischen Blitz und Donner, genau eine Sekunde. Das heißt, das Ding ist fürchterlich nah und vielleicht ist da keine so gute Idee loszugehen als ein Christophorus. Da könnte ich auch gleich schwimmen über den Kanal. Aber heute Abend werde ich dann in die Kathedrale gehen. Da ist ja eine herrliche Orgel und es soll auch wieder schönes Wetter heute Abend sein. Das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber dieser zur Kirche schwimmen, das kann ich machen, wenn ich Kanu habe. Aber damit das trotzdem sonntäglich heute anfängt und natürlich auch weitergeht, spiele ich jetzt ein kleines Sonntagslied. Das steht im Neu-Gottes-Loop unter der Lied Nummer 103, also ist im Stammteil, kann man da nachschlagen. Die Melodie ist von 1939, damit noch nicht gemeinfrei und deswegen ist das hier auch eine Privatvorstellung. Aber wie gesagt, wer das Gotteslobbuch hat, der kann gerne mitsingen und ansonsten, es geht auch ohne Klavierspiel. Ich habe hier meine Privatorgel, mein elektrisches Klavier und darauf will ich das jetzt mal im Spielen und so den Sonntag richtig gut einhalten. Ich habe hier meine Privatvorstellung. 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 Ich habe hier meine Privatvorstellung.